so kurze runde warpips immer nur eine insel jetzt weil ich vergesse einfach die zeit letzte runde war eine stunde wenn du auf sowas bock hast guck dir die letzte stunde an weil das nämlich komplett durch gemäht alles rasiert bis zur letzten base und das hat überhaupt nicht funktioniert ich habe gesehen die basis ist 165 meter lang das problem war die die haubitze hier und meine einheiten dich ja die ich eigentlich mitnehmen wollte die konnte ich gar nicht einsetzen jetzt habe ich mir gedacht okay vielleicht liegt das an den einheiten slots weil ich immer maximum war weil wir haben hier irgendwo in der mitte hier irgendwo in der mitte von dieser basis auch nie fällt was wir auch wegkriegen müssen müssen jetzt mal schauen also aus der ferne wegkriegen auf jeden fall hier mit dem mit dem ding das hat schon mal funktioniert was auch cool war sind die ölbohrtürme weil die geben auf jeden fall öl dazu und hier die kisten dann habe ich hier eine ballwork kanone rakete und ich hoffe dass ich mit dieser rakete die kanone die antriekanone platt machen kann jetzt brauche ich natürlich auch ein paar pips noch das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky wenn ich die kanone nicht kaputt kriege aber ich will hier auf voll auf mech auch gehen weil der kriegt nämlich so ein raketengeschütz wenn der geupgradet ist kriegt er einen tauwerfer und die sind wiederum gut gegen die panzer weil ich will auf jeden fall den mitnehmen und der lädt neue truppen ab auch ganz der helikopter stärkste einheit braucht aber auch viel slots für slots braucht er ja immer noch keine fußtruppen das sind so fritzels fußtruppen wir haben wenigstens granatwerfer ich nehme die noch mal mit die waren nicht schlecht ja gegen panzer haben wir sonst nichts ich bin natürlich auch geil ich nehme zu not noch mal so ein ding mit hier ja und dann mal gucken ob er durchkommen also ich will erst mal gucken kann ich die einheit in sport bauen weil habe ich nur irgendwas vom spiel nicht geraft einfach erst mal fußtruppen ok das habe ich nicht achte die kann man erst dann bauen oder was wir wollen jetzt erstmal paar leute lieber weniger bauen sollen äh ist das überhaupt die ist das überhaupt das level gewesen jetzt habe ich jetzt schon ok minenfeld auf jeden fall clearen und hier acht man muss die einheit freischalten ja mache ich doch und jetzt darf ich nicht bauen wegen kohle oder was zweimal kohle noch mal kohle und dann bauen wir mal und mit dem ding hier wollen wir uns jetzt geil das stark auch jetzt kann ich einheiten spammen so kommt jetzt wieder er hat noch eine unfassbar minenfeld clean das machen wir jetzt mal gut dann noch mal zweimal kohle slots wenn ich schlecht nicht gut kanatwerfer wäre auch geil hier hier noch mal eine drohne rein ich mach lieber mal das was ich auch wirklich machen wollte und noch mal so dann ist das schon mal geklärt ich hoffe du bist wieder am start kannst jetzt auch schießen ja sehr schön dann haben wir noch mal zwei medaillen hier den können wir noch machen den habe ich auch ganz vergessen müssen jetzt hier durch nicht mal an und diese rakete ach so wir müssen jetzt sparen gleich müssen die einfach vorher kriegen ich glaube hier ist tot als schluss ok sehr gut dann können wir noch ein paar gegner äh ein paar freunde spammen hier wir brauchen kohle er kommt mit wir nehmen nochmal kohle mit und bauen jetzt zweiten ölbauturm kriegen wir noch mehr kohle 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 das wäre so geil wenn wir es jetzt kriegen kommen einfach durchziehen geil aber war das jetzt auch die map wieso war das jetzt so einfach doch krieg schon ich krieg hier ein schiff weiter aber das jetzt insel erobert ich dachte schon so okay da war das einzige problem die artillerie und das minenfeld in kombination dass wir die arie rausgenommen haben und dass ich kapiert habe wie ich diese verfluchten jeeps bauen kann okay kannst mir gerne sagen welche map wir als nächstes angreifen sollen hier ist unsere basis jetzt können wir auswählen die die oder die schreibst mir in die kommentare den nächsten angriff gibt es in der nächsten folge bis dahin ein 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 ein